hallo und herzlich willkommen zurück beziehungsweise herzlich willkommen zu fifa 18 jetzt habe ich es auch wir spielen erst die demo und dann das vollspiel ich habe schon drauf installiert ich habe natürlich normalerweise wollte ich ja dieses eröffnungsspiel als fifa 0 machen and the returns allerdings ich hab schon gekauft komisch dass das nicht angezeigt wird die journey habe ich mega bock drauf auf der journey wir gucken jetzt das öffnungs video mal gucken was hier kommen ist der look on that thing big deadline tomorrow you get some of this down yeah yeah I finished in no time Michael have I got news for you sunshine Jim Catherine Michael you're just in time for breakfast grab yourself a coffee what's going on preseason could have been better hey well it seems that some people think that a change of scene could bring out the best in you so what well I've been having some very interesting chinwags with reps from some of Europe's top clubs buying psg atletico oh and I just got off the blow with a gent representing a wait for it none other than and then los blancos shut up we are the very same seems like you made quite the impression in the u.s. of a well it's early days but they'd like to talk about getting you on board before the transfer window shuts this is as big as it gets Alex bigger stars bigger games bigger contract you're not having me on like you know these were my childhood idols growing up Raul Roberto Carlos Zidane come on looks nailed from what the agent was telling me it's an honor sure but you're only 18 Alex you know it's a dream move I understand that but the pressure you think about it you're gonna be down there on your own and we're there squad you probably won't even be a starter it's going to be lots of other chances in your career right now this is a risky move that's true in your fans fans now I'm gonna forget about something like this I know granddad but this could be my one shot look what happened to dad do not think like that you are not Aaron look I know it's a lot to take in but we got to move faster otherwise they might consider moving elsewhere well if he's got Michael's approval and it's what you really want then what does your heart tell you it's been my dream since I was a child mom now how can I say no okay deal's gonna take a few days to iron out but in the meantime I need you to find an extra gear for the first few games of the season yeah maybe it should go to Stuttgart my friend we're on Madrid he loves Real Madrid so this will definitely be episode 0 of the tipps are not finished in the journey but we'll start with 18 that's also cool wieso sind wir eigentlich jetzt bei Chelsea er schon wieder oben links habt ihr jetzt nichts gesehen auf dem bringst die Demo nichts vollspielen wir waren doch bei Liverpool warum haben wir ein Chelsea Trikot jetzt an und warum ist unser Manager bei Chelsea der war bei Liverpool mit Teamspielen auf jeden Fall Chelsea gegen Manchester United Liverpool ist auch mit zwei Siegen gestartet Manchester nur mit vier Punkten Tottenham ein Sieg ein Unschieben und jetzt geht's los FIFA 18 The Journey geil aber erstmal die Degen wir sind auf der Ausweichselbank will ziemlich verarschen Konsequenzen alright on to it's time here's your chance to win them back lad willst du mich verarschen noch ist das mein Verzorgung, schild ich mich hier nicht ich brauche den nicht ah I'm not leaving like this I'm not leaving like this that's the Spirit lad ich brauche die nicht Ja, die sind sauer, weil der wechseln will. Beeindrücke den Boss, hole das Führungstor, zieh das nächste Tor, bricht den Bann, gewinne das Spiel. Egal was kommt, gewinne das Spiel. Aber wir waren immer publikiert, dass wir jetzt Chelsea sind. Premier League. We can find it hard to keep him in these circumstances, aren't they? He's not being treated particularly well. Maybe the fans feel he's not treating the club particularly well. Ja, Messi is Messi, er ist gleich meine Prüfung. He was a fan's favorite here, and now here the cat calls the booze. Das freut mich. Sure, Alexander wishes he could be different. Wir haben fast 40 Minuten Zeit. Fabricas. Fabricas. Jawohl. Das ist mein erstes Spiel bei FIFA 18. Now will you. Moses. Well, then it goes. Oh, man, wie knapp war das denn? Mourinho. Klatscht erst mal. Ach, das war Ecke. Los geht's. Ich hab ja bei dem Eröffnungsspiel vergessen, vorhin aufzunehmen. Wenn das installiert, hat man ja in der Öffnungsspiel drei Mal rot gesehen. Alter, trotzdem fünf hier gewonnen hat. Was ist das Spiel? Was ist das Spiel? Ähm. Wo geht's noch? Und Herrera? Lukaku. Alter, das verteidigt wird schwerer geworden. Und wir werden gleich Ultimation anfangen. Well, it's hard to watch Alexander without thinking about this potential move to Real Madrid and the motives behind it, whether it's the right time for... Woah. Riesenchance zu für Hunter. Wir haben noch genügend Zeit. Wir haben noch mehr als genügend Zeit, Leute. Well, we thought we were here for a very even contest, but it hasn't planned out that way a tall. It hasn't some in you look at the two side, man. There's not much to choose between them, but I think, when the team lead in here, that's been a bit more cute and take in the chances better. Alex, for the ball. Wir mussten mehr fordern, Alex. Das war Mr. Alex Hunter. Schön. Schön wirx sehen. Und jetzt auf Alex. Das ist nicht auf Alex. Das ist nicht auf Alex. Alter, das ist eine Chance. Das ist nicht mehr. Das ist 20 Minuten. Das ist 20 Minuten. Das ist 20 Minuten. Wir sind vor allem 13.0 hinten. Das ist mir verraschend, das ist ja jetzt erst. Soll ich denn das aufholen? They've got the ball back the intercepted got it for them. Chelsea. Was war das denn für'n Schuss? Und uh Herrera. 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 Hey! Uh, die demo spoilert uns natürlich auch. X-Trimm. wo will ich noch gar nicht drauf eingehen wenn man schon lp gesehen hat von 23 folgende journey 18 weiß man was ich damit meine dass man defending and they haven't done that from the corner just now for the bus into the middle it goes from Anthony Martial that's rather skewed off his head in the end yeah he didn't catch it properly I think he probably closed his eyes there says Fabregas schalas ein ball der mann ja matic jetzt bei nach vorne das war viel von einem tor wie dieses schießen mr alexander steht im fokus wieder das ist der real shock ich würde bei der in der face the players and you can hear it in the lack of noise if you like supporters those fans kann eben wie bothered to give their players in the stick at the moment just standing to silence it's a very bad chelsea will ja jetzt aber einigster alexander die dicken chancen kommen noch nicht die katarin das sind die katarin das sind die mitteldecks auf der cross weiter ich denke der pass die schnittstelle die freundlich war der kohle das war nicht wir können fest sie sich diesen 1 5 3 3 4 5 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 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 9 10 Alex Hunter gewinnt 1-0 gegen Manchester, Chelsea verliert 3-0. Leistung! Beeindruckt mit dem Boss? Nein. Hundeers von uns hat? Brich dem Band, gewinne das Spiel. Alter, als ob ich vier Toren schießen würde. Unfassbar. Und mit 15 Stunden zu gehen, die Transfer windowsen geschlossen werden, wir haben noch eine Wende überwürdigte Frage, ob Alex Hunter sensational... All right, all right, kommen. There he is, Michael Taylor, Super Agent. Where do I sign? You've got to come with me now. What? What? Wait, now! Wird Alex Hunter wirklich zu Real wechseln? Liverpool war sein... ...Club, wo sein Vater spielte. Move it! Oh, no! Was bist du nur für ein Manager? Alex Hunters Karriere ist in Gefahr wegen seinem Manager. Und das Schlimme ist... ...das Heftige ist... ...genau das... ...genau das ist der Grund, warum... ...unser Freund das Arschloch... ...hin damals... ...abgesägt hat. Er hat mich genau das gleiche gesagt. Er kann nichts. Er ist eine Lusche. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Part. Jetzt haben wir gesehen, wie es bei der Journey beginnt. Und jetzt gehen wir rüber ins richtige Spiel. Und dann sehen wir gleich Folge 1. Bis dann. Ciao.